Der Mensch, der sich nicht entschließen kann, die Gewohnheit des Denkens zu kultivieren, bringt sich um das größte Vergnügen des Lebens. Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sichere Weg zum Erfolg ist immer, es doch noch einmal zu versuchen. Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen, finde ihn. Das, was du bist, zeigt sich an dem, was du tust. Ich habe nie Wertvolles zufällig getan. Meine Erfindungen sind nie zufällig entstanden. Ich habe gearbeitet. Die meisten Misserfolge kommen kurz vor dem Ziel. Die höchsten Türme fangen beim Fundament an. Ich habe nicht versagt. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. Ich bin ein guter Schwamm, denn ich sauge Ideen auf und mache sie dann nutzbar. Die meisten meiner Ideen gehörten ursprünglich Leuten, die sich nicht die Mühe gemacht haben, sie weiterzuentwickeln. Erfolg hat nur der, der etwas tut, während er auf den Erfolg wartet. ? 2. 3 4 5 Untertitelung des ZDF, 2020